Die russischen Romanzen sind Bilder, die etwas in unserer Seele berühren. Es sind die Gefühle, die an der Musik gelebt sind. Ilya Getzow singt für Sie einer der populärsten russischen Romanzen der letzten Jahre. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Die russischen Romanzen sind Bilder, die russischen Romanzen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020